hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der mountain wie für folgen habe ich den jetzt schon nicht zeigen können weil wir hinten im dorf waren ich weiß es nicht waren ein paar sich da rein haben wir noch ja da können wir noch drei ballern diversen weizen können wir weg ballern den haben aber in der küche moment 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 da rein und da war rein und da könnte man was haben und davon könnte man was haben und dann schauen wir mal weiter okay aber moment 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 warte mal so haben wir die auch wieder alles wird gut andere leiste zack auch da ist auch noch weizen guck an aber die gehen wir gleich weiter pflanzen brauchen wir noch irgendwas lilypads sind nur noch zwei hier da sind doch mehr weg dahinten garantiert haben wir noch welche verdammt oder habe ich die hier hinten drin dann hoffe ich jetzt mal wir brauchen sowieso noch welche wir sollten vielleicht mal in einen sumpf gehen kürbisse haben wir melonen haben war okay der gedanke ist auch wieder wieder erledigt hatte ich dann endlich zu Ende gesprochen oder hatte ich mich da selber schon rausgebracht dass ich überlegt habe wegen kürbissen und melonen wegen von wegen weil in der perle ist fertig von wegen weil bauern hoch naja egal falls nicht dann habe ich jetzt erwähnt ach ja wir haben auch zaun in der tasche wir wollten ja die kühe darüber pflanzen was macht wird scharf da draußen also da ist eigentlich platz genug es dürfte sich nicht rausbacken beim beim wieder einloggen hier ist noch eins das ist mir nicht koscher ernsthaft ist da irgendwann wieder noch mal was geändert worden und dann läuft hier nicht so richtig oder so ich habe keine ahnung also jetzt über einen zuckerrohr vorbei gerannt und ich habe es weg getan aber egal wir hatten ja gar nicht ganz abgeerntet hier fehlen so viele verdammt ich werde da rausgetrieben jetzt nicht ok ok eins scheinen muss noch eingesammelt zu haben fehlen jede menge wir müssen in einen sumpf bist 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 wenn du fürs feld brauchten wir eh noch hier ist nicht eingesammelt doch da aber doch bin ich jetzt blöd machen wir nichts dran kommt davon wenn man mal die schlafregel obwohl wir in die schlafregel haben uns ja gehalten wir sind nur etwas später als bettiger wenn man mal später ins bett geht so reichstatt 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 wir haben sogar übrig das ist gut da liegt noch was ja dass man sie liebt jetzt nicht züchten kann finde ich übrigens naja warum mojang warum das wüsste ich echt allzu gerne ach so ich wollte dunkles holz mitnehmen und hier dunkle stufen wir machen ja 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 was man in dem kopf hat das hat man in de benen aber egal jetzt gucken wir erst mal wie weit wir hier kommen ich glaube es reicht nicht um das feld voll zu kriegen weil der stack hier ist ja schon fast weg und wir haben nur zwei so aber daran sieht man dann dass wir vielleicht sogar des öfteren hier hätten mal ernten sollen damit weiter feld voll kriegen können und stellt euch vor wir machen das nochmal das ist ja jetzt schon fast aus dem kopf der ursprüngliche gedanke war ja wirklich beide seiten aber der ist ja mittlerweile verworfen so mehr oder weniger ja doch ziemlich der ist verworfen würde ich sagen weil wir gehen nämlich jetzt hin hier gegenüber fangen wir an die kuhweide fragte ich jetzt nur wie weit wie weit also um den hummel rum muss ja irgendwie ist hier dann zwischen sand und noch ein gras ja können wir also so machen er hat tief genug wenn man mal von hier guckt sagen wir hier natürlich ein problem müssen wir da noch ein bisschen von dem hubbel weg kratzen das war jetzt aber doof okay war nicht genug zu haben ich hatte mir das jetzt gedacht bis hier bis bis hier kommen wir holen einzauern wieder weg und wir machen mit dem hubbel ja genau das kann man hier ruhig weggraben jetzt gehen wir noch mehr erde wir haben da sind wir so schon unmengen in der tasche naja egal wo er weiß wofür wir die noch brauchen so dass hier auch noch weg oder hier den zaun dann irgendwie da hoch kommen lassen ich habe keine ahnung hier muss auf jeden fall auch noch weg weil sonst können sie heraus oder wir müssten die zauern an der stelle höher machen aber nee lieber lieber so okay dann muss aber da auch so falsche leiste dass das da auch weg die könnten wir ja mal lassen so aus jux auch von der anderen seite war der war der war der hier ist ja an und für sich so alles einsammeln alles einsammeln auch wenn wir er beim besten will nicht brauchen wo den stein da aus jux drin lassen kann ja ruhig und dann hoffen wir dass keine kuh so doof ist und von da darunter springt obwohl sind nur drei da können sie eventuell keinen schaden könnte gehen sondern hier weg weg oder oder den zaun hoch eventuell den zaun hoch hat müsste da ist noch mal was und đã auf jeden fall wecken muss ab 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 erst halt wir haben ja eigentlich holz genug in der tasche ha ha holz genug in der tasche das war so schlau auch amiga rooster und ging das jetzt nicht so und bams also wenn das nicht reicht und gata war genau andersrum richtig ja eins reicht allerdings nicht zwei wo machen wir jetzt drei hatten eins irgendwo in der tasche habe ich wahrscheinlich übersehen da kommen dann machen wir drei reicht reich alter bist kurz was am kräften kommst aus dem kürtigen fenster wieder raus ja danke wer pfeift mich denn da jetzt an das ist stockduster alter schwede ok da dein der dein und appen mal noch mal im freien auf der neuen kühlweide bis morgen